Okay, meine Freunde, ich habe ein paar Anfragen bekommen und zwar, wir haben ja schon was zur Spracherkennung gemacht, wie man Audio aufnimmt vom Mikrofon und dann, naja, als Text eben ausgeben kann. Und wir wollen jetzt heute, weil ich das, wie gesagt, von euch angefragt bekommen habe, wir wollen heute das Gegenteil machen. Das heißt, wir wollen heute Text eingeben und wir wollen Audio rausbekommen. Und natürlich nicht mein Audio, das wäre ein neuronales Netz, was sowas machen müsste, das wäre ziemlich kompliziert, aber eigentlich auch mal ein interessantes Projekt, aber wir wollen heute tatsächlich die Google Text-to-Speech-Engine benutzen und die gibt es auch über PIP, das heißt, das, was wir heute machen, ist auch wieder super wenig Code und zwar über PIP bzw. PIP 3.8 in meinem Fall Install und dann Google Text-to-Speech. Und bei mir natürlich schon installiert und wir können das einfach importieren, das heißt, wir sagen hier From-GTTS, Google Text-to-Speech-Import-GTTS und ja, dann machen wir noch was anderes und zwar From-Playsound, den wir gleich noch installieren. Playsound ist natürlich über PIP 3.8 install Playsound, den ich bei mir immer noch nicht installiert hatte, warum auch immer. So, ähm, importieren wir natürlich Playsound und das sind die zwei Libraries, die wir hier brauchen, um eben Audio zu erstellen und Audio eben abspielen zu lassen. So, wir sagen jetzt erstmal, bzw. nein, wir fangen einfach direkt an mit der Sprache. Die könnt ihr dann nach Belieben natürlich ändern. Wir machen hier mal DE für Deutsch. Und wir sagen hier natürlich, ähm, TTS ist gleich GTTS von und das sind jetzt mehrere Variablen, die wir hier reinbringen müssen. So, einmal haben wir Text, einmal hier haben wir eine Language und einmal haben wir die Möglichkeit, was langsam auszugeben. Und wir machen das folgendermaßen. Wir sagen hier, Text ist gleich Hallo Welt, Abonnier, äh, Quatsch, Abonnier, so rum, mich. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich hier noch die beiden anderen Versionen auch angeben, das heißt, wir sagen hier lang ist gleich Language und wir können hier wie gesagt angeben, ob wir das Ganze slow oder normal haben wollen, das heißt, wir sagen hier, slow ist gleich false. Ihr könnt es gerne mal mit slow ausprobieren, hört sich ein bisschen seltsam an. So, was wir machen ist, wir wollen das als A natürlich als Audio-Datei speichern, das heißt, wir sagen hier TTS.save und dann müssen wir angeben, wo wir es speichern wollen. Das wäre in dem Fall in, ähm, Audio, beziehungsweise, äh, Audio-Slash. Und hier können wir dann einfach einen Dateinamen angeben, so was wie TTS.mp3. Okay, und als letztes wollen wir natürlich hier auch noch den Play-Sound machen, damit ich euch das ganze Ding auch zeigen kann. Und zwar Play-Sound-Audio-Slash, äh, Quatsch, ja, natürlich brauche ich das in einem String. TTS.mp3. So, und jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. Hallo Welt, abonnier mich. Und es hört sich ein bisschen seltsam an, aber es funktioniert zumindest. Und ja, ihr habt gehört, Hallo Welt, abonnier mich. Und das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. War ein sehr kurzes Video, ich hoffe, es kann dem einen oder anderen helfen. Vielleicht braucht ihr das irgendwann mal, vielleicht wollt ihr eure eigenen Sprachassistenten bauen. So schwer ist das tatsächlich nicht, wenn ihr hier eine Spracherkennung und eine TTS-Library habt. Ähm, eventuell machen wir das hier sogar mal. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir das ganz gerne. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Outro Outro Untertitelung des ZDF, 2020